Wieso? Spür los was schon. Na komm her. Komm weiter. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Jetzt. Jetzt kann er ganz frei durchatmen. Sind sie alle weg? Ja. Fast. Was war das? Lohe Behälter. Okay. Stufe 34 erreicht. Sehr gut. Rambo. Sehr gut. Haben wir es doch richtig geregelt würde ich sagen. Oder? Sehr schön. Ey. Level up. Level up. Level up. Immer level up. So. Wo sind wir jetzt hier? Hier. Da fand ich aber blöd dass die jetzt gespawnt sind nachdem ich den Dings angeschleppt habe. den Todbringer-Kanonen-Teil da. Ciao. Ich hasse es. Die Dinger immer so leer zu lassen hier. Immer voll machen. Was hat er dabei? Eine Rohstoffkiste. Okay. Okay. Begib dich zum Brutstättenkern. Okay. Geht's da wieder nach außen? Das kann sein, ne? Gehen wir hier runter. Du musst die auch mit fairen Mitteln töten. Warum mit fairen Mitteln? Guck mal, ich kann drei Pfeile auch munitionieren. Perfekt. So. Ähm. Ich guck nochmal grad was nach. Okay. Gut. Dann gehen wir weiter. Fairen Mitteln. Die töten mich auch nicht mit fairen Mitteln. Die kämpfen immer unfair. So. Wöchte Gelegenheit haben mit so einer fetten Wumme da ein Paar von platt zu machen von den, von diesen Heinis. Gerne. Jetzt bin ich hellwach. Das ist doch schön. Das freut mich, junge Dame. Oh, da sind ja noch mehr von denen. Ach Gottchen. Na ja, ich mach's halt auf die Sneaker-Tour, ne? Ist das der Kern? Überbrücke den Kern tatsächlich. Scheiße. Oh, der hat auch so ne Kanone dabei. Das muss der erste sein, den ich wegwämse. Schnüffelt hier immer noch. Der Assassine steckt einfach in mir. Ja, da haste recht. Sehr gut. Da kommt noch einer. Oh, der schaut doch so. Oh. 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 Oh, oh. alle erledigt ich hoffe mal bevor wir irgendwas machen gucken wir natürlich wieder rechts und links rum ob wir noch irgendwas finden was wir gebrauchen können wir wissen ja nicht was gleich passiert ich glaube jetzt nicht dass hier jetzt großartig ein Dino um die Ecke kommt hier oder so jetzt geht der Spaß weiter ernsthaft ok das heißt dann schnappe ich mir die Totspringerwaffe gleich und damit gibt es dann hier totos muertos ich suche nochmal ein bisschen hier rum da sind noch diese schönen Pilze sehr gut man kann nie wissen wann man das mal braucht okay sehr schön mehr Maschinen die ich überbrücken kann was hast du getan ja 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 ich find es klar ich habe nicht so das ist nicht gut Du wirst es schaffen, ich den Kampf. Lass sie was tun. Patrick, pass auf. Sieh das hier auf jeden Fall los. Woher sie lebt? Ich kann nicht schiefen. Ich kann nicht schiefen. Danke fürs Gespräch. Oh, ey, Alter. Sag mal, dann gibt mir noch eine Chance, da zu treffen. Ruhe im Bus. So. Ich zeig dir das gleich. Oh, ey, ich zeig dir das gleich. Oh, ey, ich zeig dir das gleich. So. Erledigt. Schlägerei a la Bud Spencer war es. Richtig. So. Erstmal looten, bevor ich irgendeinen Ausgang suche. So, komm her. Was? Ja, ich muss mal wieder ein bisschen was verkaufen gehen. Das stimmt wohl. Aber da waren viele jetzt bei mit dieser Waffe. Okay, das geht nicht. So. Den Ausgang finden. Wahrscheinlich da oben, ne? Wo die auch hergekommen sind. Die Hundesöhne. Ah, da komm ich nicht hoch. Okay. Ah, muss ich da rüber. Okay. Läuft. Kriegen wir hin. Ah, schön. So, dann gehen wir da mal hoch, ne? So, das machen wir mal, ne? Hopp. Salah. Du bist clever. Nach dem Ausgang damals habe ich was länger gesucht. Ich glaube, er ist oben. Da, wo die reingekommen sind. Aber schön, habe ich den erstmal mit dieser Todbringer-Waffe erstmal aufgelauert. Weil ich zu blöd in dem Moment war. Okay. Naja. Ist manchmal so. Da sieht man es einfach nicht, ne? Was ist das? Berscha. Äh! Ah! Na super, so einen Pirscher kann ich jetzt echt gut gebrauchen. Kann ich den nicht irgendwie sehen? Den muss ich doch irgendwie über diesen Fokus sehen können, oder? Ah, komm, gehen wir runter. Ist ja nix. Ja. Ja. Ich muss den doch irgendwo sehen können. Der ist einfach plötzlich da. Den kann ich nicht sehen. Ich meine, ich habe ihn schon mal gesehen. Da sind dann so Luftspiegelungen. Ich muss doch eine Chance haben, den zu sehen. Also, wie albern ist das denn, dass ich mich von dem angreifen lassen muss. Da oben ist er. Ich habe ihn gesehen. Da ist er. Zock, schnittert meinen Kanal abonniert. Ach, das ist für YouTube. Ah, sehr cool. Sehr schön. Ich habe gerade wieder so ein Pop-Up hier gekriegt. Da interessiert sich jemand für meinen YouTube-Content. Sehr nett. Da ist er. Ich muss den Kampf gewinnen. Ich muss den Kampf gewinnen. Erledigt. Ja, oder wenn man gut hinguckt. So, ich finde, das habe ich ganz gut hingekriegt. So, sehr schön. Dann bauen wir das nochmal auf hier. Zack. Dann machen wir auch nochmal voll. So, Delle. Was ist denn das für ein Ding? Mein Gott, hat der hier eine Matsche hinterlassen. Eine Matsche-Pampe. Sehr schön. Ja, man muss auch mal Glück haben, ne? Was ist das? Geht es da noch irgendwo hin? Was ist denn das hier für ein Ding? Finde einen Ausgang. Fallen? Okay. Okay. Aber gut. Ich habe mich ja sehr zurückgehalten, ne? Ich habe mich da ja sehr bedeckt gehalten, was vielleicht gar nicht so schlecht war. So, dann würde mich gleich mal interessieren, was ich dann überbrücken kann. Feindlicher Mensch, Kultisten-Scherge. Entdeckt. Mist. Da ist ja noch einer. Ach, der liegt, diese Fallen. Ey, hoffentlich geht der Pirscher jetzt auch auf den anderen los. Auf die anderen los. Das fände ich natürlich sehr nice. Das ist der Pirscher. Ja, soll er mal ruhig die anderen angreifen. Das fände ich voll in Ordnung. Der muss nicht mich angreifen. Das ist in Ordnung, wenn der die anderen angreift. So, jetzt muss ich ihn nur noch platt machen. Kann ich ihn von hier aus sehen? So ein bisschen. Shit. Na gut, gehen wir mal runter. Ah, wo bist du? Komm. Ist das da unten? Steht nicht dran, ne? Mal aufladen. Mal aufladen. Ich hab. Nein. Na komm Der will nicht Der wehrt sich zu sterben Ja, Gruzifix Komm, sei nett Geh einfach mal Hopps Na komm Na komm her, Mr. Pirscher Okay Er will nicht Ich würde mir gerne die EP mit abgreifen Von dir lasse ich mich nicht aufhalten So Haben wir ihn Munition Füllen wir mal auf Genauso wie die Ah, die müssen wir auch noch auffüllen Perfekt So Haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar, ne So Kommen wir ja wieder los Ich hoffe, Mordor ist wans Dann also auf die harte Tour Danke Ich hatte den doch schon fast Mensch Kruzifix Ach ne Ich muss die jetzt immer noch machen Oh, shit Oh, shit Und ihr tötet uns alle! Das macht die Sache etwas leichter. Das siehst du. Das macht die Sache etwas leichter. Das macht die Sache etwas leichter.